Bereit für das Upgrade deiner Kocherfahrung? Entdecke die neuen Features und Unterschiede zwischen dem beliebten Thermomix TM5 und seinem innovativen Nachfolger, dem TM6. Finde heraus, welche Vorteile der TM5 noch bietet und welche aufregenden neuen Funktionen den TM6 zu einem Must-Have in jeder Küche machen. Beide Modelle bieten Platz für 2,2 Liter Zutaten in dem Mixtopf. Der TM6 bietet eine feinere Messskala in 1 Gramm Schritten im Vergleich zu den 5 Gramm Schritten des TM5. Diese präzisere Waage ist auch während des Kochens und Mixens nutzbar. Beide Modelle bieten eine stufenlose Drehzahleinstellung von 100 bis 10.700 Umdrehungen pro Minute. Der TM6 beeindruckt mit einem größeren Display von 6,8 Zoll im Vergleich zum TM5 mit 4,3 Zoll, was eine übersichtlichere Bedienung ermöglicht. Das Bedienfeld des TM6 wurde auch optisch verbessert. Der TM6 verfügt über eine integrierte WLAN-Verbindung zu Cookie-Doo, während der TM5 einen separaten Cookie benötigt. Auch die Bluetooth-Funktion ist bei dem TM6 bereits integriert. Das bietet die Möglichkeit, sich mit dem Thermomix-Sensor zu verbinden und hat auch den Vorteil, dass der Thermomix-Friend sofort die Kochfunktion erhält, die nicht manuell eingegeben werden müssen, wie bei dem TM5. Neben den 12 Funktionen des TM5 bietet der TM6 neue Features wie Sous-Vide-Garen, Fermentieren, Slow-Cooking und Anbraten. Die Möglichkeit zum Anbraten eröffnet die Tür zu köstlichen Röstaromen und Karamellisieren dank einer Temperatur bis zu 160 Grad. Das Zubehör des TM6 kann größtenteils auch mit dem TM5 verwendet werden. Wirft man einen Blick auf das Garkörbchen des TM6, so findet man dort jetzt einen klappbaren Deckel. Weiterhin gibt es bei dem TM6 ein neues Zubehör, den Spritzschutzdeckel für die Anbratenfunktion. Der Mixtoff des TM6 kann jedoch aufgrund seiner speziellen Beschichtung nicht zum Kochen im TM5 genutzt werden. Der Spatel des TM6 liegt angenehmer in der Hand und verfügt über eine flexible Spitze. Der Messbecher wurde verbessert, um Geräusche besser zu dämpfen und einen festeren Halt im Mixtoffdeckel zu bieten. Insgesamt bietet der TM6 eine Reihe von Verbesserungen und zusätzlichen Funktionen gegenüber dem TM5, die das Kochen und Backen noch angenehmer und vielseitiger machen. Lass dich von der Küchenmagie des Thermomix TM6 begeistern. Mit seinen neuen Funktionen wird Kochen zum Vergnügen. Ob präzise Messungen oder köstliche Gerichte, der TM6 macht alles möglich. Verpasse nicht die Chance deine Kochkünste zu verbessern. Hol dir jetzt deinen TM6 und erlebe die Zukunft des Kochens.